Jetzt haben die Jugendlichen verschiedene Probleme und leiden sehr oft unter Stress. Dazu gehören Konflikte in der Familie, in der Schule und Probleme mit Freunden. Sehr oft sind Jugendliche nicht damit zufrieden, dass die Eltern sich in ihr Leben sehr einmischen. Und die Jugendlichen haben wenig Freiheit. Sie haben Angst vor den Eltern, wenn sie eine schlechte Note bekommen. Viele Schüler leiden doch unter Gewalt ihrer Mitschüler. Die Gewalt in der Schule ist auch ein großes Problem. Es gibt immer Schüler, die aktiver und aggressiver sind als die anderen. Manchmal haben die Jugendlichen verschiedene Konflikte mit den Geschwistern. Das ist mein Rock! Nein, das ist mein Rock! Lass mich in Ruhe! Für die Jugendlichen in Deutschland und Russland gibt es einen speziellen Dienst, das Sorgentelefon, wo man über seine Probleme erzählen kann.